Klar, die eine Runde, da hatten wir echt keine Chance, haben sie uns mal kurz nackig gemacht, aber der Rest war eigentlich echt gut. Du Katze? Richtig, wir gehen gleich, wir gehen gleich jetzt. Jetzt doch mal einen hübschen Sieg zum Abschluss, da sehen wir uns erst in drei Wochen wieder. Frühestens zumindest, je nachdem was die Schicht sagt. Gut. Hmmm... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Na dann sichern wir mal, versuchen zumindest. Abstand halten, gibt der Halt gelegt, Sicherheitsabstand halten. Ja, das macht das ich wie nicht sehen. Razer Blue geht raus. Wechsel Magazine. Zehn Sekunden. Zugangsschmerre angebracht. Vom Fenster weg bleiben. Noch fünf Sekunden. Ich muss nachladen. Standort der Bombe in Gefahr. Entsprechend planen. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Werte Willkommensmaterial. Sie werden überrascht sein. Stacheldraht in Position. Sie werden scharf gemacht. Tür im Auge behalten. Zugangsschmerre angebracht. Sollen sie nur kommen. Leder Willkommensmaterial. Werfe eine Mine. Schreckmine angebracht. Dann schります. Schrecklich. Stichwärzen. Fertig. Schrecklich. Danach. Das ist wichtig. Schrecklich. Das ist super. Ein Operator des eigenen Trupps verbleibt. Die Gegner haben einen Entschärfer neben einer Bombe platziert. Zerstört ihn. Entschärfer auf. Da ist jemand ein bisschen zu vorheilig. Die Gegner haben einen Entschärfer. 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 Das ist meine Waschmaschine. Die steht noch nicht ganz rar. Richtig, ganz gerade. Die rappelt bis in den Entschärfer. Ich musste ja nochmal jetzt Wäsche machen. Die Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Gelang zu der Bombe und entschärft sie. Haltet nach anderen Ausschau. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ja, die steht doch nicht sauber. Oh ja, die Kleine steht schon bei mir. Ja. Und? Ja, die Kleine steht schon bei mir. Aktiviertone. FGS im Einsatz. So, jetzt ist es gleich. FGS platziert. 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 5 Sekunden. Rück zur Bombe vor und entschärft sie. Ich wollte jetzt nicht die Verantwortung tragen, hallo? Entschärfer muss zurück. Entschärfer ist jetzt gesichert. Die Torsprengsatz eingesetzt. Finde Torsprengsatz. Ziel lokalisiert. Bandit natürlich. Von oben runter geschissen. Wir haben den Schärfer fallen gelassen. Hell eingesaltet. Ein Verbreiter vom eigenen Trupp. Nur noch ein Gegner übrig. Ja. Ja. Der PFU ist und kriegt sich geschissen. Zwei jede Runde. Nein, ich krieg die Runde auch nichts geschissen. Abgehörungen abhängig davon. Entschärfer wurde zurückgeholt. 40 Sekunden. Fischer! Der Schärfer ist nicht länger in deinem Besitz. Eigener Druck neutralisiert. Ja, aber man muss es einfach mal so sagen. Sie hat es gut gemacht. Sie war ein sehr, sehr guter Support. Sie hat immer wieder mit ihrem Stromding uns langsam gemacht, damit sie mit der andere den uns holen konnte. Sie hat es gut gespielt. Punkt. So, gut. Dann sehen wir uns wieder. Wir haben uns wieder in drei Wochen. Zumindest von meiner Seite aus. Könnt ihr gerne tun. Ich grüße dich dann aus dem Urlaub mit einem Cocktail. Wahrscheinlich. So mal so ein Dreh rum. Ja, mal schauen. Wir sehen uns mal, dass ich etwas tun habe. Ja, ich bin ein Dreh rum. Ja, was ichfi. Das ist gut. Und also wäre es nicht gut. Wir sehen uns mal so ein Dreh rum. Ich bin ein Dreh rum. Das ist gut. Ich bin ein Dreh rum. Die Dreh rum. Vielen Dank.